Ja, lass mich hier raus. Die schießen, ey, die machen einen Schaden, der ist nicht mehr feierlich. Ja, das Schlimme ist, dass wir nichts gegen die unternehmen können, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wir müssen uns nachher auf einen konzentrieren. Ja, das klappt nicht. Ja doch, ich laufe jetzt immer vor einem weg und der folgt mir auf fleißig. Ich sorge jetzt dafür, dass die Dinger mir... Ah, lauf doch nicht da rein! ...in die Flammen folgen, die ich mache. Ach, jetzt können sie schießen, genau wie bei dir eben. Mhm. Ach ja, lauf schon. Ach, das ist... Ah, ich verstehe, ich verstehe. Du siehst ja die Grünen dazwischendurch, ne? Ja. Die machen ja nicht nur... Die machen ja diese schönen Wolken. Die Wolken heilen die anderen. Das sind sozusagen die heilen. Ja, das sind Chemiker, die heilen die irgendwie. Das Spiel ist gemein, kann das sein? Ehe? Das sind die Grünen. Tatsache, ich sehe es gerade. Bist du denn, du? Bist du tot? Ne, ne, ich hatte drei Stück am Hals hängen gehabt. Die habe ich jetzt aber auch erstmal erledigt. Jetzt stehe ich hier eben gerade rum und lasse meine Fähigkeit arbeiten. Ach, hey, du. Und ich habe was für dich gesammelt, eventuell. Ich meine, das ist auch wieder schön. Ja, das ist für dich. Ich meine, das ist für dich. Ich meine, das ist für dich. Möchtest du einen schönen Stufe-3-Helm haben? Ähm, nein, ich habe einen besseren. Sie kommen. Bist du sicher, dass der Helm nicht besser ist als deiner? Entschuldigung. Okay, ich habe einen da dazwischen. Ich denke. Wir haben ihn. Ne, ich glaube, bisher noch nicht. Ah! Wir haben schon welche getötet. Hm. Wir kommen voran. Ja, ein bisschen. Kannst du sie nicht irgendwie auch noch wegschubsen von dir? Das wäre, glaube ich, auch ganz hilfreich für dich. Kann ich nicht. Ähm. Guck dir den Helm mal an. Ich meine, der müsste dir eigentlich helfen können. Genau den gleichen habe ich im Kapitel 1. Ne. Der ist sogar schwächer als meiner. Oh, okay. Kaputt machen. Ich habe keinen Upgrade bekommen, natürlich. Ich mache jetzt mal alles kaputt, was ich nicht brauche. So, jetzt müsste ich... Ach, hier sind noch ein paar... Auch ja, du hast noch ein paar übrig gelassen. Ja, du hast noch ein paar übrig gelassen. Ja, die Schemmick habe ich hinten gelassen. Ja, ja, so. Ich war ohne Absicht, aber ich habe sie hinten gelassen. Ist doch schon nett gelungen, ne? Ja, ich nehme mir jetzt einmal hier mit. Ja, ich würde sagen... Nein, 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 kommst du mit? Du bist gut mit, hier. Gerade noch so ein Kasten entkommen. Ja, macht mich fast kaputt, jetzt habe ich noch 7%. Äh, auf den unteren Schießen. Ich schieße auch gar keinen. Na gut, der ist auch jetzt down. Ich wollte gerade sagen, komm in meine Richtung, dann kann ich feuern. Wortwörtlich. Ähm, soll jetzt... Oh, oh, sorry. Die große Explosion wollte ich jetzt eigentlich nicht verursachen. Das ist egal. Ja, komm auf mich zu. Ach Gott, das Spiel ist total merkwürdig mit der Steuerung bei mir. Ja, der Seegemeister hält eine Menge aus und macht eine Menge Schaden, ne? Ich merke schon. Komm, jetzt falle ich um, Mensch. Geht doch. Oh, Flammer Vulkan, extra für dich hier. Ah, sag mir nicht, dass er Level 1 ist. Ich weiß es nicht, ich habe sie nicht aufgesammelt, weil ich dich jetzt erst mal wiederbelebe. Zum zweiten Mal. Ich sage euch, ich werde hier heiler. Ich merke das schon. Da bist du auch vorbeigelaufen. Neuwertig. Level 2, wow. Uh, cool. Macht. Wie viel Schaden mehr? Schadenhaft. Er zeigt mir nicht mal an, dass ich mehr Schaden mache. Das ist toll. Auf jeden Fall. Weißt du, was auch ganz toll ist? Nein. In den Raum, wo wir reingelaufen sind. Lass mich schaden, da ist nichts drin. Bingo. Ist da nicht dein Ernst? Also ich sehe zumindest da drinnen nichts. Ich klicke mal rum, vielleicht hast du hier jetzt den Fehler. Ne, hier ist eindeutig nichts. Ja toll, jetzt muss ich erst mal wieder alleine zurücklaufen. Du bist doch der Pyromaniker. Tab, 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 tab. Aber guck mal, da vorne sind sie schon wieder. Oh Gott. Ich mache schon viel zu früh meine Fähigkeiten. Die Zombies eben haben mich schon total körre gemacht. Untotter Sägemeister, man sieht. Ja, das ist... Er wollte ihn heilen, aber er hat es nicht geschafft. Ich warte zu super. Oh, müssen wir jetzt auch den Chemiker hier vernichten. Ja, das ist ja kein Problem, wie man sieht. Da liegt so eine Karte, glaube ich. Erste Hilfe-Paket liegt da noch rum. Wenn es haben willst, ich habe mich bei uns. Wartungs- und Lieferungsnachweis. Wartungs- und Lieferungsnachweis. Kamishiro Merchens für Lorca Unlimited. Das sind nur so ein paar Details über Lieferungen, glaube ich. Da unten steht noch was. Kamishiro Merchens übernimmt keine Haftung. Ach, ist doch dreckig. Braucht keiner. Hast du den aktiviert? Ja. Es war mir jetzt ganz, ganz wichtig gewesen, dass wir den Checkpoint endlich bekommen. Hast du die schon aufgemacht, die Spinte? Einen Spinte habe ich aufgemacht, mehr kann ich nicht. Gut, das Medikit habe ich schon aufgesammelt. Langsam zweifle ich an meinem Verstand. Sau, mitten in der Nacht, ne? Ich wollte gerade sagen, mitten in der Partie ist das kein Wunder. Ach Gott, brennt. Brennt einfach nur. Mach's schon. Ach Gott, meine Fähigkeiten brauchen so lange zum Nachladen. Also die Roboter kriege ich relativ zügig sogar erledigt, aber die Chemika, die... Die Roboter sind echt kein Problem, das ist mir schon aufgefallen. Pass auf, die Chemika ist bei dir. Ja, das ist von mir. Aber du machst auch gut schauen an dem. Ja, mit dem neuen Flammenwerfer. Ich habe es genau gesehen, Herr Lohr. Was denn? Du hast ja das Medikit unter den Nagel gerissen. Ja, ich dachte, wir sammeln das jetzt abwechselnd. Aha, was ist das? Werde ich mir merken. Kiste. Wir haben Rüstung, Brandanzug, Eintriebsmodul... Kiste? Da hinten? Übersehen. Moment, da liegt noch eins. War klar, dass du dir das kalt. Laufgeschwindigkeit plus 3% welcher haben oder darf ich bei mir einsetzen? Vielleicht habe ich noch was Besseres für dich. Moment. Moment. Ich habe ganz viele Rüstungs-Abgeordnets. Ich lege es erst mal schon mal hin. Ich muss gerade erst mal... Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ach, da vorne an der Tür. Ich habe Sprungkrafterhöhung plus 1%, ich habe maximale Energie plus 10%, ich habe Schild plus 10% und ich habe Schild plus 17%. Chill plus 17% hört sich schön an. Ja, damit. Ähm, nee, Quatsch, weg damit. Lieg da. Juhu. Dankeschön. Ach ja, wie selbstlos von mir. Und ich kriege nicht mein Dankeschön. Danke. Aha. Ach, bleib wecker, Liese. Ja, irgendwas muss ich ja jetzt. Aber doch nicht immer und immer wieder. Ich habe dir gesagt, aber das wird immer schlimmer halt. Egal, ich komme mir mit klar. Warte, da oben ist noch eine Tür. Du sagst jetzt noch, du kommst mir mit klar. Ah ja, es wird schon gut gehen alles. Das sieht gut aus. Äh, das sieht nicht gut aus. Wieso, ich habe noch nicht reingeguckt. Du siehst ja, was rauskommt. Zuerst auf dem Schirm... Oh, von hinten, von hinten. Ach du Scheiße, von hinten. Nein, von hinten. Was ist das denn? Weg hier. Oh, schön. Lass, lass, lass. Ach Gott, die müssen doch erst mal kommen. Die laufen doch da rein. Das brennt doch lange. Ja, so lange brennt das auch nicht. Okay, wir hauen erst mal richtig drauf. Explodiert der Scheiß fast neben mir. Sofort erst mal auf den Chemiker. Ich habe keine Ahnung, was ist da. Direkt vor der... Ja, ist tot der Chemiker. Ich bin jetzt gleich auch tot. Man kann... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, das ist sowieso deins. Das hätte ich dir jetzt mal nicht weggenommen. Ich habe nämlich noch zwei. Ausnahmsweise hättest du es mir nicht weggenommen. Das klingt schon fast in die Lüge. Großroboter. Ich meine, das kann man sehen. Koloss 1, Großroboter. Stärke 5. Er hält aber nicht so viel aus. Er sieht schlimmer aus, als er ist. Aber seine Explosion macht, glaube ich, auch noch Schaden. Also das ist nicht toll. Oh, er ist Silfeschrank. Und da liegt wieder ein PDA. Aufzeichnung. Dr. Wagner. 13. März. Dr. Swenson hat Arbeiter mit Rätselhafen-Symptomen. Das kennen wir doch schon. Muss nicht sein. Kann ich nicht vielleicht etwas getan haben. Seltsam. Gerda. Mit rätselhaften Symptomen zu mir geschickt. Um ihn zu entlasten. Bestätige Blutbilduntersuchung auf unbekannten Virus. Wirkung des Virus umfasst aggressive Zellmutationen organischer Materie und Stimulation von Adrenalin 2 und Testosteron. 15. März. Infektionstest auf Versuchstiere erfolglos. Übertragungsweg vermutlich Ströpfcheninfektion. Allerdings bleibt das Virus in meiner eigenen Blutprobe inaktiv. 16. März. Ist dein Zusammenhang mit den bionischen Implantaten der Arbeiter denkbar? Was war's? Hm. Okay. Ist das meins? Jep. Das ist schön. Da... Ähm. Komm mal zurück. Ja. Wenn so das Monster unterm Bett aussieht, dann ist die Welt nicht mehr okay für mich. Äh. Zoom mal ran. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Sehr. Bleh. Ähm. Wir gehen. Ähm. Nach unten müssen wir, oder? Ähm. Sieht so aus. Wir suchen ja immer noch einen, äh... Roboter. Zugang zu Ebene 5. Weil da müssen wir irgendwie gehen. Ähm. Ach, der ist schon kaputt? Wie ist es sie hin, äh... Untertitelung des ZDF, 2020